Wieder eine Frage, die ist wirklich gut, oder? Wie viele Halswirbel hat eine Giraffe? Wenn ich euch jetzt sage, dass eine Giraffe gleich viele Halswirbel hat wie ein Mensch. Und zwar sieben Stück. Also es sind genau sieben Halswirbel hat eine Giraffe. Eine Giraffe hat genau wie andere Säugetiere sieben Halswirbel. Obwohl die Halswirbel der Giraffe im Vergleich zu denen anderer Tiere, einschliesslich des Menschen, sehr lang sind. Also sie sind bis zu 25 cm lang. Und so haben sie sieben Halswirbel. Diese anatomische Anpassung ermöglicht es Giraffen, ihre Köpfe in grosse Höhen zu heben, um Blätter von hohen Bäumen zu fressen. Eine Giraffe hat wie der Mensch auch sieben Halswirbel.